Herzlich Willkommen an Bord des Fortnite Shuttles. Wir begrüßen alle recht herzlich die Neuzugestiegenen, genauso wie die Wiederkehrer. Bei 27 Grad Außentemperatur und südöstlicher leichter Brise bewegen wir uns ganz entspannt und gechillt auf Catacona zu, die Landezone für diese Runde. Viel Spaß auf der Insel. The war is back on island. Bis zum nächsten Mal.